Meine Rolle geht diesmal über die einer reinen Moderatorin hinaus. Das Spannende für mich ist, dass ich mich mitten ins Bühnengeschehen mischen werde und ich spiele eine Figur, die ganz kurz vor ihrer allerersten Therapiestunde bei Dr. Light steht. Und alles, was musikalisch passieren wird auf der Bühne, untermalt eigentlich das psychische Geschehen, ist also so etwas ähnliches wie mein Unterbewusstsein. Also das Programm, das sich Marina Viotti überlegt hat, mit all den Arien, den Chansons, den Jazznummern, wird musikalisch diesen Prä-Therapie-Prozess untermalen. Für eine Schauspielrolle bereitet man sich natürlich ein bisschen anders vor als für einen moderierten Abend. Da heißt es dann, Text lernen, sich in die Figur einfühlen, die verschiedenen Aspekte bedenken, den Subtext, der vielleicht gar nicht unbedingt wortwörtlich transportiert wird. Mir hat das wahnsinnig großen Spaß gemacht, mal auch ein bisschen was anderes. Kommt auch zu meinen Wurzeln zurück. Und mir hat natürlich auch geholfen, dass ich bei diesem Prozess nicht alleine war, sondern dass ich von einer Regisseurin unterstützt worden bin, die auch den Text geschrieben hat, die sich anhand des Musikprogrammes orientiert hat. Und zusätzlich war ich an einem Samstag Nachmittag verregnet im Sigmund Freud Museum in der geschichtsträchtigen Adresse Berggasse 19. Und dort habe ich mich nochmal umgeschaut, um so Psychoanalyse, Flair einzuatmen. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.